Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Abschluss kommen können, denn es war jetzt eine lange Zeit. Wir haben ja, wie ihr alle wisst, oder wie Sie alle wissen, einen Wettbewerb ausgelobt, AFK Halloween. Das ging um das Thema Halloween und jetzt ist es folgendermaßen abgelaufen. Wir haben eine Jury gehabt, das waren Kolleginnen und Kollegen aus der Schule. Es waren aber auch externe Jurymitglieder und da darf ich mich auch ganz herzlich an der Stelle bedanken. Bei der Frau Ruf, das ist die Leiterin des Kulturamtes von Heilbronn. Des Weiteren in der Jury war der Herr Schitt von der Bürgerstiftung und der Herr Steffen Schoch von Stagmark, Geding Heilbronn. An die drei Jurymitglieder ein herzliches Dankeschön. Des Weiteren der Herr Koschmieder und der Herr Safinoff als Jurymitglieder waren auch ebenfalls anwesend. Wir alle haben uns, oder alle Jurymitglieder haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Es war eine sehr schwierige Preisfindung, denn alle Preisträger lagen sehr eng zusammen. Und das zeigt einfach die hohe Qualität, die hier angekommen ist bei uns und darüber freue ich mich sehr. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, denn es sind wirklich tolle, erstklassige Arbeiten abgegeben worden. Und jetzt möchte ich einfach das Wort weitergeben an den Herrn Koschmieder als nächstes. Der Herr Koschmieder, wie ihr alle wisst, oder wie Sie wissen, ist ja Abteilungsleiter der Grafikgescheidung, der auch noch ein paar Worte sagen möchte. Hallo, ich freue mich, was das heute stattfindet. Ich freue mich aber auch schon auf nächstes Jahr, weil wir wollen das nicht nur einmalig machen, sondern mehrmalig machen. Alles zum Wettbewerb selber, hat Herr Wolf bereits gesagt, sodass ich jetzt direkt weitergebe an Herrn Saffenhoff und beziehungsweise an die SMV, die den Publikumspreis als erstes verteilen möchte und bekannt geben möchte. Ich würde mich gerne im Namen der ganzen SMV-Vertretung ganz recht herzlich bei den Schülern, die mitgemacht haben, und bei der Schulleitung bedanken, dass wir als SMV den vierten Platz, den Publikumspreis verleihen dürfen. Und der vierte Platz wurde, wie der Herr Wolf schon gesagt hat, über unsere Instagram-Seite der Schule ausgelotet. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, wer gewonnen hat. Also der vierte Platz ging an Magdalena Kramowska an. So, wie ist Pies am Berg? Herzlichen Glückwunsch, das ist die Urkunde, und das ist dein Preis. Der dritte Platz geht an Nils Reiz. Herzlichen Glückwunsch, guck mal, das ist deine Urkunde. Bitteschön, und Herr Vorspieler hat ein Kuvert für dich. Und da sind wir hier in deinem Werk. Nimmst du, wie alt bist du? Zehn. Zehn Jahre, und in welche Klasse gehst du? Fünfte. Fünfte Klasse, der heißt schon wird es dir. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz, Herr Vorspieler hat die Urkunde, geht an Erwensch Kram. Herzlichen Glückwunsch, und das ist die Urkunde. Herzlichen Glückwunsch, oder? Der erste Platz geht an Nauran Manvino. Laura, herzlichen Glückwunsch. Hier, Haus. Also ich möchte meinem Namen auf der Schule euch danken und sagen, die haben alle eine tolle Leistung vollbracht. Also ich muss wirklich sagen, ihr seid künstlerisch sehr begabt. Da komme ich lange nicht mit. Ich finde das klasse, auch wie ihr alle das Thema umgesetzt habt. Und leider muss es jetzt in diesem Rahmen, diesen Corona-Rahmen stattfinden. Wir haben ja schon gesagt, wir möchten es öfter machen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, beim nächsten Mal wieder daran teilzunehmen. Vielleicht erliegen wir wieder die Plätze, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und wir hoffen einfach, dass wir es im nächsten Jahr dann auch vor großem Publikum machen können, wo nicht, und dass uns Corona ein bisschen mehr in Ruhe lässt, sodass wir da auch einen anderen Rahmen finden und das eben mit mehr Leuten hier vor Ort entsprechend auch würdigen können. Aber trotzdem, eine tolle Leistung, die ihr wirklich alle vollbracht habt. Klasse und ja, macht weiter so, ja, vielleicht 5. Klasse, wer weiß, vielleicht wird es ja mal Richtung Grafikdesign gehen. Also das Talent hast du auf jeden Fall, ich finde es echt klasse. Super gemacht. Aber an alle noch mal, an alle Preisträger. Für Wunsch. Vielen Dank, habt ihr voll gemacht. Gut. Vielen Dank.